Musik Ja, wir hatten heute Nachmittag am Hauptplatz auf der Festivalbühne bereits zwei ganz tolle Bands, dann die Cheerleader und jetzt wird übertragen live über ORF Plus die Eröffnungsfeier in Schladming. Also bei mir am Hauptplatz, kann ich sagen, waren es in etwa 35 Personen, die hier beteiligt waren, alles Volontiers, Ehrenamtliche, die ganz tolle Arbeit geleistet haben. Musik Die Fackel wird in Schladming entzündet und genau zeitgleich wird die Fackel in Graz am Schlossberg entzündet, das geht nur über Kommunikationsmittel, das heißt wir schauen hier die Direktübertragung an und ich gebe via Funk am Schlossberg dann bekannt, wann die Fackel zu entzünden ist. Musik Jetzt bereit halten, bis die Flamme sich entzündet. Und jetzt! Musik 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 Musik